Oh mein Gott, willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Breath of the Wild. Wir sind wieder am Start und haben Vamido geschafft. Ich bin so glücklich und da wird sich auch der König der Bospharamus, äh, Bosporus, äh, Bospromus, äh, Nosferatu von Hyrule Freude. Hi, willst du ein Kisch, ein, was, eine Kisch-Schichte hören? Ja, was für eine? Schön, das wollte ich hören. Äh, ähm, ja. Es war einmal, da saß mein Opa unter einem großen Baum auf einem großen Berg und blickte nach Nordwesten. Plötzlich sah er einen riesigen weißen Vogel vorbeifliegen. Mein Opa flog dem weißen Vogel hinterher. Und dann tat sich der Bauch des Vogels auf und darin war etwas ganz Wertvolles. Und das war's. Ja, an der Stelle bin ich immer eingeschlafen. Ah, aber ich weiß genau, welcher große Baum das war. Der große Baum da. Kannst du ihn sehen? Von dem aus ist mein Opa zu dem weißen Vogel geflogen. Hm, das war bloß im Bauch des Vogels. Mein Opa kann nicht mehr fragen. Es ist traurig. Ich werde es nie erfahren. Oh Gott. Der einsame Baum. Ebenfalls ein Schrein, den wir uns da holen können. Und wir werden uns jetzt auch weiter Richtung Norden begeben. Wir werden, ähm, viel mehr so ein bisschen in der Eiswelt unterwegs sein. Es wird sehr frösteln, aber wir haben ja die passende Kleidung dabei. Wo bist du? Wo bist du? Ja, ich bin doch da. Alles gut. Warte auf mich. Ich muss bloß einmal kurz die Vasen zerstören, in der Hoffnung noch ein paar Pfeile zu kriegen. Aber nix ist. Hallo. Kiel, wo bist du? Oh, unser Nestekchen Kiel ist verschwunden. Ich frage mich, wo sie sein könnte. Sie wird doch nicht zu den Brüderfelsen gegangen sein, um ihr Lied zu üben? Das ist doch viel zu weit weg, um ganz allein dahin zu gehen. So langsam mache ich mir wirklich Sorgen. Finde Kiel. Okay, machen wir. Gehen wir hin. Kein Problem. Kümmer ich mich gleich drum. Aber erstmal muss ich noch ein bisschen weiter gucken. Was wir sonst noch so haben, ob wir noch irgendeine Quest annehmen können. Also wir werden natürlich nicht jede einzelne Quest erfüllen können. Äh, ich werde es versuchen. Wir haben ja die ganze Questliste immer noch bei uns. Ich weiß allerdings nicht, ob ich dann wirklich alle Quests angenommen habe. Später muss ich das dann mit der Komplettlösung auch vergleichen. Denn vieles ist ja auch nicht wichtig. Es ist weder Story relevant noch sonst irgendwas. Man bekommt höchstens Rubine oder Malpe. Äh, ein Stück Brot dazu. Und dann ist gut. Oho, es freut mich, dich wohl aufzusehen. Ihr konntet Vamedo tatsächlich besänftigen, nicht wahr? Aber was frage ich? Ihr sitzt ja nun ganz friedlich dort oben über dem Dorf. Was für ein harbener Anblick. Die Legende besagt, der Strahl des Titanen wird die Verheerung durchdringen. Vamedo wird von nun an die Schutzgottheit unseres Dorfes sein. Seine Legende ist mit deiner verbunden. Oho, 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 ach ja, ich muss dir noch deine Belohnung überreichen. Bitte nimm dir den Inhalt dieser Truhe. Du wirst sicher Verwendung dafür haben. Du übertriffst sämtliche meiner Erwartungen. Du stießt dem Recken der Hylianer, der vor 100 Jahren an der Seite von Rivale gekämpft hat, in nichts nach. Der einzige Unterschied ist das heilige Bannschwert. Man sagt, der Recke der Hylianer habe das heilige Bannschwert getragen, welches nun irgendeinem Wald ruht. Ja, das werden wir uns holen. Wind-Titanmar, Vamedo, geschafft. Dann gucken wir auch gleich mal in die Truhe rein, was wir Schönes bekommen. Den Adlerbogen. Uh, was heißt denn 28 mal 3, dass wir etwa drei Pfeile auf einmal schießen können? Ja, meine Lieben, dafür ist in deiner Tasche kein Platz. Es ist wieder klar. Warte, warte, warte. Da werden wir für Sorgen, dass wir die Tasche erstmal freiräumen. Zumindest mit irgendwas, was wir nicht mehr brauchen. Eigentlich brauche ich den Falkenbogen nicht mehr, auch wenn er ganz gut ist. Denn immerhin leitet der keinen Strom. Adlerbogen, juhu. So, jetzt haben wir mal einen ordentlichen Bogen. Der geht richtig ab wie Schmitzkatze. In diesem Fall wie Schmitzvogel. So, alles mitnehmen. Dankeschön. Okay, nix bekommen. Das war wieder klar. Das war wieder typisch. Oh, du hier. Oh, der Häuptling hat dir also den Adlerbogen anvertraut. Das Ding ist zu schwer, um es im Fliegen zu verwenden. Es würde mich viel zu langsam machen. Wenn ich genauso schnell und stark wie der große Rivali wäre, sähe die Sache anders aus. Bei unserem Kampf gegen Medo konnte ich sehen, wie geschickt du mit dem Bogen umgehst. Deshalb habe ich vorgeschlagen, dir den Adlerbogen zu geben. Du kannst sein volles Potential vielleicht nutzen. Er möge oder möge er dich immer begleiten, zusammen mit dem Geist der Orni. Nun denn. Meine Wunden sind geheilt. Sobald Tulen aufwacht, gehe ich mit ihm zum Flugplatz. Ich hoffe, Tulen wird einmal ein tüchtiger Krieger wie der große Rivali. Mein Mann hat mir alles erzählt. Vom Flugplatz, vom Kampf gegen Medo. Jetzt, wo Medo sich über dem Dorf niedergelassen hat, sei endlich alles vorbei. Ich hätte kaum noch zu hoffen gewagt, dass mein Mann wohlbehalten zurückkehrt. Ich bin dir unendlich dankbar. Sehr gerne, Saki. Sehr, sehr gerne. Und jetzt segeln wir mal rüber und gucken mal, ob wir das andere Vogelfedervieh finden. Wer bist du denn? Tag, wa? Oh, du bist ja auch ein Hileader. Auf Reisen, wa? Wir sind in den Flitterwochen, musst du wissen. Aber dieses Dorf ist echt das Letzte. In Gerudo-Stadt kann man Juwelen kaufen. Im Dorf des Horas wird gebetet und so. Überall ist was geboten, wa? Aber hier, so langsam will ich nur noch nach Hause. Findest du? Ach, lass mich doch alle in Frieden. Mein Angetrauter entschuldigt sich schon die ganze Zeit. Aber was habe ich davon? Der soll mir wenigstens mal einen Rösterpfel mitbringen. Sonst lasse ich mich sofort wieder scheiden. Liebe durch den Markt. Offensichtlich. Lass mich doch vorbei hier. Ich muss doch einmal hier rüber. Ich weiß gar nicht, wo ich hin will. Verdammt. Ich glaube, hier bin ich verkehrt. Ich wollte eigentlich nach da. Verdammt. Und dann stehe ich im Regen. Und werde dabei auch noch ganz nass. Wir gehen einmal kurz hier hoch. Zumindest so weit, dass wir noch ein bisschen weiter rüber segeln können. Oh, hier ist sogar ein Auffind. Na, perfekt. Guck mal. Wir könnten ja jetzt auch Ebalis Sturm nutzen und damit sogar noch weiter nach oben. Das ist so genial. Schön, dass wir den endlich haben. Und den werden wir auch gebrauchen können, wenn wir denn nachher im Wald der Krox unterwegs sind. Mua. Wo wir auch als nächstes hingehen werden. So viel ist sicher. Da brauchen wir bloß noch die Statue finden und alles ist gut. Also eine Statue der Göttin Hylia. Denn wir müssen ja immer noch ein weiteres Herz finden. 13 möchte ich haben, um das Ganze irgendwie unbeschadet zu überstehen, was wir überstehen müssen. Und da werde ich noch nicht verraten, was wir überstehen müssen. Denn das wäre ja gespoilert, meine Lieben. Frostkraut nehmen wir ebenfalls mit. Dankeschön. Hyrule-Pilze kann ich immer gut gebrauchen. Ich bräuchte eigentlich noch ein paar Äpfel. Ich müsste die auch noch rösten, um den Röstapfel fertig zu machen. Was haben wir da drüben? Auch nochmal Frostkraut und Maxi-Trüffel. Gut. Sorry. Zu viel Kaffee. So. Ist da vorne das Dorf? Ne, das ist da. Was ist denn da hinten? Der Turm wahrscheinlich, wa? Sieht so aus, als wenn der drüber hinweg guckt. Die Brüderfelsen. Ach, hier ist er doch. Piki. Jetzt reicht's. Diese blöden Gänse. Meine Schwestern und ich hatten ausgemacht, zusammen singen zu üben, aber nicht eine von ihnen ist gekommen. Wir müssen doch bald dem Häuptling bei den Brüderfelsen das Lied vorsingen. Wenn wir nicht üben, wird das eine völlige Blamage. Du siehst aus, als wärst du dumm genug. Äh, ich meine nett genug, mir zu helfen. Sag mein Schwestern im Dorf der Ordi, dass sie nicht unsere Übungsstunden schwänzen dürfen. Auf mich hören sie ja nicht. Aber wenn ein flotter Typ wie du das sagt, kommen sie sicher. Der einzige, bei der ich mir Sorgen mache, ist Genly. Ich wette, sie ist in der Küche und plärrt dort rum. Ich will Knusperlachs. Sie ist ganz launisch und will nicht mal an unserem Gesangsvortrag teilnehmen. Sie ist so nervig. Wie, Brüderfelsen? Ein Schrein. Okay, ich denke mal, wenn alle singen, dass dann hier der Schrein sich öffnet und wir den auch nutzen können, aber jetzt aktuell wohl noch nicht. Deswegen suchen wir erstmal diesen Krog hier. Die ganzen Blumen. Ah, wo ist die nächste Blume? Da. Blume. Ach ja, so ein, zwei Schreine noch zu finden, wäre schön, bevor wir in den Wald der Krogs gehen. Und da gehen wir auch definitiv als nächstes hin. Denn das, was wir dort bekommen, wird auch essentiell wichtig sein für den weiteren Verlauf des Spiels. Denn, äh, ich wäre ungern unvorbereitet unterwegs. Ach, da oben. Wee. Ja, ha, ha. Krogs haben erhalten. Dankeschön. Tschüssi. Jo, bye. War schön mit dir. Oh, was haben wir denn hier? Nee, ich brauch das da. Sieht aus wie ein riesiges Skelett. Aber das Skelett hat nicht mal einen Kopf. Es könnte nicht das Waldskelett sein, das wir als Auftrag bekommen haben, oder? Nee, sieht nicht so aus. Schade. Ich hab gehofft, hier ist noch was Schönes. Ich guck mal ganz kurz auf die Karte. Wir sind auch am Rand der Karte. Das heißt, wir werden hier nicht mehr so viel finden. Wir werden jetzt hier einmal langlaufen. Am Skelett vorbei. Immer schön Drachenbein sumpfen. Ja, so sieht's auch aus. Moin. Genau. Schieß mal ein paar Pfeile. Vielleicht kann ich noch welche gebrauchen und mitnehmen. Das wäre ja schön. Mach du auch noch. So, danke schön, danke schön. Starke Exhal-Bogen. Den haben wir auch noch nicht. Wir haben die normalen Exhal-Bögen, aber die starken Exhal-Bögen bisher noch nicht. Dankeschön. Cool. Und der ist auch gar nicht schwach. Der hat 25 Angriff. So ein Ritterbogen hat ja auch bloß 26 Angriff. Und wer weiß, vielleicht ist der starke Exhal-Bögen sogar so, dass man zwei oder drei Pfeile auf einmal schießt. Das wäre natürlich fies uns gegenüber, wenn die damit schießen würden. Aber dann müssen wir durch als durch. Genauso wie die. Alles ist gut. Na, ihr Wölfe. Sei ruhig. So. Das war denen eine Lehre. Die wird nicht mehr näher kommen. Auch ihr werdet nichts erreichen. Gar nichts. Ich nehme euch alle auseinander und nehme eure ganzen Sachen mit. Denn die brauchen wir. Ja, hier sind viel zu viele Viecher. Okay, wir verstecken uns mal hier hinter dem Stein. Und zack. Das war zu hoch. Rums, bumms, aus die Maus. Ganz viele Tote. Juhu. Wundern sich jetzt natürlich. Sehen aber nichts. Gehen wieder rein. Ja, so ist gut. Bleibt drin. Da kommt gleich die nächste Lat... Oh. Laterne auf euch zu. Hahaha. Was? Vielleicht geht es ja mit dem Feuerpfeil. Wir probieren es mal. Oh, ich hoffe, der schießt keine drei Feuerpfeile. Ich glaube, dann drehe ich durch. Ich nehme mal einen anderen Bogen. Ausrüsten. Aus... Ne, Bombenpfeil nicht. Feuerpfeil. So. Muss viel höher schießen. So, die wundern sich natürlich. Die gucken jetzt erstmal überall rum. Was war das? Ich muss noch höher schießen. So. Ne. Bringt oh nichts. Oh, Schatz. Sie haben mich gesehen. Okay. Tag. Oh. Verdammt. Und dann stehe ich im Regen. Dankeschön. Damit habe ich ja jetzt überhaupt nicht gerechnet. Und auch mit Wasser zu schießen. Oh, ich habe kein Schwert mehr. Hahaha. Hahaha. Was? Verdammt. Ah. Okay. Okay. Komm, 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 komm. Ja, komm. Ah, ich kriege nicht zehn. Weil ich denen gar nicht näher kommen kann. Ah. So, muss gut. Einer weg. Das Schwert nehme ich mal mit. Königsschwert. Sieht sehr gut aus. Wir haben glücklicherweise ja noch nie was gebet. Au. Mein Schild ist zerbrochen. Okay. Nicht gut. Wir nehmen erstmal das hier, damit wir überhaupt irgendwas tragen. Sammeln das hier auf. Stahlexal-Schild. Dankeschön. Komm, geh weg. So, ist schön. Er hat seine Sachen verloren. Okay, Mifa, danke. Ich beschütze dich. Ja, und du hast mir sehr viele Herzen verschafft. Ich bin sehr dankbar. Schwänze nehme ich mit. Brauche ich. Ich stehe auf Schwänze. Hahaha. Komm her. Ich würde dich am liebsten abschießen, aber ich traue mich nicht. Da hat er das nächste Schild zerbrochen. Was ist denn hier los, sag mal. Glücklicherweise gibt es hier Neues. What? Der hat mich einfach erwischt. Oh, das ist nicht gut. Das finde ich jetzt nicht mehr witzig. Jetzt reicht's. Jetzt esse ich irgendwas, was uns den Angriff verstärkt. Komm her. Alles mitnehmen, was wir gebrauchen können. Königsschwert sowieso, also ist besser als das Ritterschwert. Ich glaube, wir bekommen jetzt, weil wir schon zwei Titanen fertig gemacht haben, auch bessere Sachen. Das ist schon mal sehr gut. Ja, euch kommt keiner mehr zu Hilfe. Die meisten haben schon getötet. Zumindest die, die persönlich angreifen. Pfeile nehmen wir mit. Dankeschön. Drin sind auch noch Sachen. Die nehme ich auch noch mit, bevor die irgendwie verschwinden. Aber ich glaube, das tun die so oder so nicht. Duo Exile Boomerang. Müssen wir nachher alles noch fotografieren. Ist das hier ein ganz normales? Ne, das ist ein anderes. Starker Exile Schild. Okay. Fotografieren wir erstmal ein bisschen. Wir haben ja Zeit. Hier kommen keine Männer. Ach, alle, Dude. Wenn, dann müssten sie selber runterkommen. Ach, sehr ruhig. Einschlag. Ja, das war zu erwarten, denn wir haben ja jetzt ein richtig starkes Schwert. Wir haben das Königsschwert. So, und die Giste, die nehme ich nämlich mit. Die will ich haben. Ich will ja wissen, was da Schönes drin ist. Vielleicht sogar ein Rüstungsteil. Das wäre ja optimal. Auch die ganzen Sachen zum Transformieren. Nehmen wir mit. Vielleicht kriegen wir sogar noch stärkere Rüstung. Kannst du mich einfach runterschießen, während ich da hochkletter? Ding, ding. Dankeschön. So, wir sind immer noch nicht auf dem Weg zu den Crocs. Das ärgert mich ein bisschen. Bin aber froh, dass unser Angriff jetzt erstmal für eine lange Zeit oben ist. Das ist das Schöne daran, dass man diese ganzen Materialien immer mitgenommen hat und auch mal kocht. Dann kann man wenigstens solche Kämpfe hier überstehen. Und gegebenenfalls auch bald gegen die Ivaroks und so weiter und so fort. Das war ein ganz normaler Bogen. Oh, wie doof ist das denn? Schatztruhe kann ich leider nicht fotografieren. Bringt mir nix. Das ist auch doof. Das liegt da noch nur ein Bogen. Keine Pfeile. Schade eigentlich. Dafür nehmen wir aber noch ein paar Leuchtsteine mit. Die können wir immer wunderbar verkaufen. Oder eben auch damit die ein oder andere Quest erfüllen. Autsch. Selber die Luft gejagt. Verdammt. Ich brauche die andere. Die rollt wenigstens noch ein bisschen. Zack. Aber doch nicht zu mir. Ist eine blöde Bombe, ehrlich. So, jetzt ist Ruhe hier. Machen wir das so. Genau, kommt mal her. Leuchtstein. Ja, allzu viel kommt aus den Erzen nicht raus. Aber dass man auch richtig gute Erze findet, das ist eigentlich selten und auch eher mangelbare. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Jede Menge Leuchtsteine. Vielleicht können wir damit nochmal ordentlich Kohle machen, wenn wir die verkaufen. Ich gehe davon aus. Deswegen sollten wir auch alle mitnehmen, die wir kriegen können. So, bis hierhin sind wir gekommen. Das ist schon schön. Aber ist mir noch nicht weit genug. Oh, guck mal, ein Bärenstein. Dankeschön. Freut mich. Gucken wir mal hier. Geht's hoch. Wo es hoch geht, kann auch ein Krog sein. Und davon gehe ich mal fest aus, dass hier oben einer ist. Denn das sieht schon so aus, als wenn das alles sehr versteckt ist. Wir nehmen natürlich die Pflanze dort oben mit. In der Hoffnung, dass die auch nochmal irgendwas gibt, was wir benötigen. Oh, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Ich stürze gleich wieder ab. Ich habe keine Lust abzustürzen. Nein. Okay, okay. Ich lebe noch. Aber hier oben ist nichts. Sieht nur so hübsch aus. Komm, unter dem Stein. Da muss was ganz Besonderes sein. Ja. Ein Krog. Du hast mich entdeckt. Ja. Krogsamen wieder erhalten. Damit sind wir jetzt schon wieder bei 26. Top. Die Warte quillt. So, nochmal gucken. Hier hinten ist nichts. Dann gehen wir jetzt ins Schneegebiet. Richtig ausgerüstet sind wir. Ich hätte ein anderes Oberteil anziehen sollen. Wir sind ja noch gar nicht im Schneegebiet gewesen. Das ist immer so das, wenn man nicht an alles denkt. Furchtbar. Furchtbar, sage ich euch. Oh, guck mal. Da brauchen wir Steine. Oh, da hätte ich den einen Stein mit runternehmen sollen. Ich glaube, wir brauchen sogar drei Steine dafür. Hier sind keine drei Steine. Nur ein Fuchs und eine Möwe. Da ist ein Stein. Komm mal mit. Ja, verdammt. Den hätte ich mal runterschmeißen sollen. Ablegen. Gut. Nummer eins steht. Da ist auch noch ein Stein. Den können wir ebenfalls mitnehmen. Eigentlich geht es mir mehr um Schrein. Ich will ja keine Crocs haben. Oh, da oben ist noch ein Octorok. Ja, Octorok-Ballons könnten wir auch gebrauchen, um vielleicht das eine oder andere noch aufzustufen. Ein Stein fehlt uns noch. Da muss noch einer rein. Gut, wir gucken mal oben beim Octorok. Vielleicht hat der noch irgendwo einen Stein versteckt. Ach, guck mal, Frostforellen kriegen wir durch den Octorok. Ist ja süß. Aber wo haben wir noch ein Steinchen? Da unten ist ein Nashorn. Oh, hier, guck mal. Da ist sogar noch was zum Aufspringen. Zack, zack. Und wir bekommen Erze. Ich dachte schon Steine. Ich brauch doch Steine. Das war verkehrt. Muss ich die eigentlich auch fotografieren? Wir hatten ja schon normale Erze. Das sind Leuchtsteinblöcke. Ja, okay. Dann haben wir da nichts Besonderes. Zack, zack. Und Broms, Broms aus die Maus. Wie? Der hat den eigentlich zersprengt. Was soll das denn? Vielleicht braucht er jetzt zwei Bomben. Oh, da scheinen mehrere zu sein. Dankeschön. Ja, noch ein Feuerstein dazu. Aber trotzdem fehlt mir noch ein Stein. Ein ganz normaler Stein. Guten Tag, Herr Nashorn. Habe ich dich schon fotografiert? Ich gehe mal davon aus. Dem Fuchs haben wir jetzt auf jeden Fall den Hintern verbrannt. Aber ein Stein wird sich hier nicht mehr auftun. Ach, das ist doch zum Heulen. Hast du vielleicht einen Stein hinter dir versteckt? Nö. Ein verdammter Stein. Das kann doch nicht sein. Ja. Und so kamen wir endlich mal an Luxuswild ran. Na, sehr schön. Edelwild hatten wir ja schon ein paar Mal. Und gefrorenes Edelwild haben wir jetzt auch. Das wird ebenfalls die Frostrate so ein bisschen senken. Beziehungsweise uns vor der Kälte, äh, vor der Wärme schützen. So. Weil es schön kühl ist. Mh, ist wie ein kühles Getränk in der Hitze. Sind die Steine jetzt wieder weggenommen worden? Ja, sind sie. Das heißt, das muss ja hier sein. Wir haben eins, zwei Steine. Das heißt, hier muss noch irgendwo ein dritter Stein sein. Den habe ich nur nicht entdeckt. Und darf gar nicht so weit weg. Da oben. Ah, ich sehe ihn. Gut, ich komme. Können wir das nämlich gleich machen. Dann brauchen wir nie wieder her. Nie wieder. So. Eins. Ich hoffe, dass wenigstens auch gleich drei Crocs kommen. Aber ich glaube er nicht. Das werden sie uns nicht antun. So was Gutes hat Nintendo nicht vorgesehen. So, nochmal zwei. Und ein Stein noch. Ja, der ein Stein, der fehlt noch. Kleinstein. Ein Stein, ein Kleinstein. Das wäre auch cool, wenn Einstein damals immer so gesagt hätte. Einstein, Einstein. Zack. Geschafft. Ein neuer Croc. Dankeschön. Ui, du hast mich entdeckt. Wir sind jetzt bei 27. Und immer noch haben wir keinen weiteren Schrein gefunden. Das ist doch zum Heulen. Also es gibt tatsächlich nicht so viele Schreine. Viele sind auch noch mit Geheimnissen umwoben. Sprich, man muss erst mal herausfinden, wie man an diese Schreine rankommt. Und das werden wir auch erst später machen. Wir haben ja noch einige Quests, die darauf hinweisen. Ich denke nicht, dass wir hier unten irgendwas finden werden, außer jede Menge kaltes Wasser. Und ich möchte nicht unbedingt durchs kalte Wasser schwimmen. Da ist unsere Kältetoleranz doch noch nicht so hoch. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt irgendwie noch höher gehen kann. Mit der Wärme geht das auf jeden Fall. Selbst wenn man drei Teile für die Wärme trägt, kriegt man noch das ein oder andere mit ran. Ich gucke mich überall um und ich versuche auch in jede Richtung mal zu laufen. In der Hoffnung, dass wir hier irgendwo noch angezeigt kriegen, hey, hier ist ein Schrein in der Nähe. Geh doch mal da hin. Da sind kleine Eis-Iver-Rocks. Können wir auch noch fotografieren. Klarrock. Okay, reicht, wenn ich die so fotografiere. Und da ist eine Schatztruhe, eine ganz normale. Okay, ich krieg dich so... Au. Nicht kaputt. Ach. Ja, ich kann auch Bomben verwenden. Das ist kein Problem. Aber der, 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 der Exile-Dingsbums, der gefällt mir überhaupt nicht. Der muss ich weg hier. Okay. Okay. Macht mal euer Ding. Ich hau den derweil schon mal ab. Habe ich den Fuchs schon? Ja. Schneefuchs haben wir. Wie sieht's aus mit dem Ex-Salfos? Der ist weg. Okay. Der dümpelt ein bisschen weiter hinten rum, soll er machen. Ah. Ja, ohne Mifas Gebiet fühle ich mich gar nicht mehr so sicher. Dabei haben wir noch Feen. Eigentlich bräuchte ich mir gar keine Sorgen machen. Selbst wenn wir sterben, stehen wir auch gleich wieder auf. So richtig Game Over gehen. Dürfte jetzt schwer werden, wenn die Fädenansammlung größer wird. Und auch Mifas Gebiet da ist. Oho, verdammt. Seht ihr das? Ein blauer Läuter. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Wir sind auch ziemlich weit hier vorne beim Ukosee. Vielleicht gehe ich mal zum Ukosee rüber. Vielleicht können wir auch rüberlaufen. Das wäre schön. Dann hätten wir hier wenigstens unsere Ruhe. Oh, guck mal. Noch ein Frostling. Nehme ich mit. Dankeschön. Achso, den haben wir auch noch nicht fotografiert. Oh, hier ist was los. Zumindest noch nicht gesammelt. Den Läuten lasse ich mal völlig außer Acht. Das machen wir alle später, wenn wir ein bisschen kräftiger sind. Unsere Rüstung stärker ist. Insbesondere auch unsere Eisrüstung. Denn nur dann können wir im Eis auch ordentlich bestehen. Es bringt mir nichts, jetzt die normale Rüstung fertig zu machen, die ich gar nicht tragen kann, weil mir viel zu kalt wird und ich trotzdem Herzen verliere. Bla, bla, bla. Das hält so. Wirklich. So, jetzt sind wir in der Nähe des Okosees, aber wir finden hier noch nicht, was wir brauchen, was wir haben sollen. Kein Schrein, ein paar Wölfe. Was ist das hier? Frostkraut ist okay. Was haben wir hier schönes? Wildbär. Die haben wir schon mal gesehen. Da waren wir irgendwo in einem Stall und haben die gesammelt. Aber bisher kein weiterer Schrein. Das ist doch zum Heulen. Ah, jetzt. Nach links? Nein, mehr nach rechts. Entweder hier unten oder aber weiter oben. Wir klettern mal ein bisschen. Okay, es muss weiter unten sein. Ja. Es sieht so aus, als soll es hier reingehen. Autsch. Komm raus. Ich habe keine normalen... Doch, ich habe noch normale Pfeile, ne? Danke. Ist mir egal, ob mir kalt wird. Offensichtlich halte ich es aus. Sehr schön. So, dann nehmen wir mal eine Bombe und gucken mal, was wir hier freisprengen. Die Möglichkeit, nach oben zu kommen. Aber ich will ja nicht hoch. Schneetaube habe ich schon. Ein Maxi-Lachs. Den habe ich noch nicht. Den will ich auch sammeln. Den will ich mir unbedingt holen. Ein Maxi-Lachs. Dankeschön. Vielleicht können wir den noch gebrauchen. Ich glaube, die Vögel hatten ja vorhin davon geredet. Die Orni. Da ist er. Der Schrein. Ich sehe ihn doch. Lasst mich rein. Verdammt. Warum komme ich da nicht rein? Wahrscheinlich muss ich irgendwas Besonderes machen, dass sich die Erde auftut. Lass mich rein. Okay. Hier wird es nichts so schnell. Gut. Dann gehen wir mal mit dem Teil hier nach oben. Mal sehen, dass es auch hier nicht weiter geht. Gegebenenfalls müssen wir von dieser Seite aus runter segeln. Ne. Auch hier scheint nirgendwo ein Eingang oder eine Höhle oder sonst irgendwas zu sein. Das ist doch doof. Jetzt haben wir schon einen neuen Schrein gefunden und können den nicht mal nutzen als Teleportpunkt. Wie fies. Ihr seid so gemein. Da drüben ist auch nochmal so ein Häufchen im Land. Verdammt. Gut. Dann machen wir das noch auf. Und wenn wir dann noch keinen Weg gefunden haben, dann weiß ich auch nicht. Hm. Ach, guck mal einer, schau. Wo kommen wir denn hin, wenn wir hier lang gehen? Ja, jetzt müssen wir hier durchschwimmen. Ich hoffe, ich überlebe das. Aber es scheint nicht zu kalt zu sein. Das ist okay. Wir können also auch im kalten Wasser schwimmen. Wobei das ja kein Eiswasser ist. Das würde ja... Oh. Warte. Erstmal ein Foto. Erstmal muss ich ein Selfie mit euch machen. Okay, beide geht. Geht kaputt. Das weiße Schleimgelee nehmen wir einfach mal mit. Vielleicht brauchen wir das noch zum Aufstufen. Wir speichern uns den Teleportpunkt und sehen uns im nächsten Part dann wieder, wenn wir versuchen, in den Schrein hineinzugehen. Vielen lieben Dank fürs Ansehen. War eine lange Folge. Wir haben irgendwie nichts erreicht, aber trotzdem ein bisschen was geschafft. und sehen uns hoffentlich bald im Wald der Crocs. Bis gleich. 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 Untertitelung des ZDF, 2020